Er gilt als Vater der Türken. Mustafa Kemal Pasha bzw. Kemal Atatürk ist bis heute eine wichtige Figur für die Türkei. In diesem Video erklären wir euch, wie der Soldat den heutigen türkischen Staat gründet, welche Reformen er anstößt und wie er zum Vater der Türken wird. Denn nichts anderes heißt Atatürk übersetzt. Alles, was man dazu wissen sollte, jetzt. Mustafa Kemal kommt im Jahr 1880 oder 1881, so genau weiß man das nicht, in Thessaloniki, also im heutigen Griechenland zur Welt. Es wird einige vielleicht erst mal erstaunen. Der Vater der Türken wird in Griechenland geboren? Genau genommen wird er im Osmanischen Reich geboren, einem Vielvölkerstaat, in dem damals in der Gegend um Thessaloniki mehrere Volksgruppen zusammenleben. 1896 tritt Mustafa Kemal in die Kadettenschule in Manastir ein. Das liegt im heutigen Staat Nordmazedonien. Hier kommt er mit nationalrevolutionären Ideen in Kontakt. Mustafa Kemal gelangt zu der Überzeugung, dass westliche Ideen der Aufklärung, der Trennung von Staat und Religion und der Reform in wirtschaftlicher und vor allem gesellschaftlicher Hinsicht den Staat retten können. Denn das Osmanische Reich befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Krise. Man spricht vom kranken Mann am Bosporus. Als junger Hauptmann schließt er sich den Jungtürken an. Dazu findet ihr einiges in dem Video zum Untergang des Osmanischen Reiches. Einfach hier oben auf das i klicken. Im Unterschied zu diesen Reformern, den Jungtürken, will Mustafa Kemal aber nicht das Vielvölkerreich umbauen. Er will eine Konzentration auf die türkische Nation. Er möchte einen ethnisch homogenen Nationalstaat gründen. Angesichts der Schwäche des Sultans sagt Mustafa Kemal es so. Man muss das Gesindel hinwegfegen, das uns regiert. Die Türken müssen lernen, sich selbst zu führen. Ohne fremde Wirtschaftshilfe und Einmischung. Die Türkei muss den Türken zurückgegeben werden. Während des Ersten Weltkriegs kämpft er als Divisionskommandant an den Dardanellen, als ein Landungsversuch der westalliierten Truppen scheitert. Ein Unternehmen, bei dem auf beiden Seiten Hunderttausende Umkommen von einem Sieg zu sprechen, ist daher schwierig. Trotzdem geht Mustafa Kemal als Held aus der Schlacht, wird zum General befördert und bekommt den Ehrentitel Pascha. Als nach dem Ende des Krieges die Bedingungen der Siegermächte durchgesetzt werden sollen, ruft der Sultan seinen General zur Hilfe. Aber der hat was anderes im Sinn. Kemal Atatürk meint, dass der Herrscher das Land an ausländische Mächte verkaufen würde und leistet Widerstand. Einmal kämpft er gegen den Sultan, zum anderen gegen griechische Truppen, die an der Westküste einmarschieren. In den Jahren 1919, 1920 beruft er einen türkischen Nationalkongress ein, an dessen Spitze er selbst steht. Er gründet eine Gegenregierung. Einfach gesagt, in Ankara regiert Mustafa Kemal Pascha, in Istanbul der Sultan. Ende 1922 muss der Sultan schließlich einsehen, dass er verloren hat und flieht. Im türkisch-griechischen Krieg vertreiben Kemals Truppen die Griechen von der kleinasiatischen Küste. Dabei gehen sie sehr brutal vor. Kemal schafft es parallel, wenngleich natürlich nicht nur er allein, dass die Siegermächte des Ersten Weltkriegs die Türkei in ihrer heutigen Form als Staat anerkennen wollen. Es wird weder einen armenischen noch einen kurdischen Staat geben, keine von Westmächten oder Griechenland besetzten Gebiete. Kemals Kampf wird von seinen Anhängern als Befreiungskrieg wahrgenommen. Aus der Asche des zerstörten Osmanischen Reiches erhebt sich wie ein Phönix die Türkiye Cumhuriyeti, die Republik Türkei. Am gleichen Tag der Staatsgründung, am 29. Oktober 1923, wählt die Nationalversammlung Mustafa Kemal zum Präsidenten. Umgehend beginnt er mit seinen Reformen. Und die sind tiefgreifend, wenn auch manchmal eher von großem Symbolcharakter. Die islamische Zeitrechnung wird durch den westlichen Kalender ersetzt. Statt der osmanischen Schrift gilt jetzt das lateinische Alphabet. Kemal schafft zwei Institutionen ab. Den Sultan, also den Herrscher, und den Kalifen, der weltliche und geistliche Macht vereint. Die Osmanen beanspruchten als Kalifen die Führung über alle sunnitischen Muslime. Die uralte Metropole Konstantinopel, die später in Istanbul umbenannt wird, ist nicht mehr Hauptstadt, sondern Ankara. Am wichtigsten ist Mustafa Kemal Pasha, die Zurückdrängung der Religion. Die Türkei soll ein säkularer Staat werden. Im Osmanischen Reich behaupten die verschiedenen Religionsgemeinschaften innerhalb ihrer Gruppe eigene rechtliche Vorschriften. Das gibt es jetzt nicht mehr. 1924 wird das Amt für Religionsangelegenheiten geschaffen. Kurz sagt man das Diyanet. Das ist eine staatliche Aufsichtsbehörde, die die Religionsgemeinschaften kontrolliert. Staat und Religion sind nicht getrennt, sondern der Staat steht über der Religion und beaufsichtigt sie. Das Amt gibt es heute noch und es hat auch einen Ableger in Deutschland, nämlich die türkisch-islamische Union, der Anstalt für Religion. Kurz DITIB. Kontrolle über Religion bedeutet nicht, dass man den Menschen in ihren Häusern nachschnüffelt, wie sie ihre Religion genau ausüben. Dem aber öffentlich darf die Religion nur noch praktiziert werden, wie es vom Staat erlaubt ist. Atatürk meint das sehr ernst. Geistliche, die sich widersetzen, werden bestraft und sogar exekutiert. Statt der islamischen Rechtsordnung ist ein europäisches Zivil- und Strafrecht eingeführt worden. Der Koranunterricht an den Schulen wird verboten. Im Kern, so sehen es manche Historiker, denkt Atatürk, dass der Islam eine arabische Religion ist, die nicht wirklich zur Idee der türkischen Nation passt. Ein umstrittenes Thema also. Die Fixierung auf das Türkentum geht so weit, dass selbst die Sumerer, die älteste Hochkultur, letztlich Türken gewesen sein sollen. Die Türken als Urvolk der Menschheit, das ist die Idee hinter dieser Propaganda. Das ist aber, muss man sagen, sicher nicht richtig. Einige Historiker deuten es so, dass die Erfahrung der Rückständigkeit gegenüber dem Westen dazu führt, dass alles Türkische überhöht wird. In Wirklichkeit, so die Idee, war die türkische Nation schon immer voraus. Nur die politisch-religiösen Verhältnisse haben sie behindert. Der neue Präsident weiß, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Jetzt nicht im Sinne von Karl Marx, sondern in einem ganz einfachen Sinn. Denn, um die Religion aus dem Leben zu verdrängen, müssen auch die kleinen Dinge, die an die alte Ordnung erinnern, aus dem Leben verschwinden. Um seinen türkischen Nationalstaat zu etablieren, verbietet Mustafa Kemal auch arabische Dinge, Sitten und Gebräuche. Das Lesen arabischer Literatur ist verboten. Muslimische Kleidung darf nur noch innerhalb der Moscheen getragen werden. Männern wird der Fest, die traditionelle rote Kopfbedeckung, verboten. Stattdessen gibt es Hüte. Frauen wird der Schleier verboten. Sie erhalten das aktive und das passive Wahlrecht. Um das Türkentum zu fördern, lässt der Staatspräsident die türkische Sprache säubern. Persische und arabische Wörter sollen aus dem Wortschatz gestrichen werden. Zeitgenössische Historiker schreiben die Geschichte so um, dass der türkische Nationalstaat als Ziel der Geschichte dasteht, sozusagen vom Schicksal vorherbestimmt. Das Osmanische Reich wird dagegen als Irrweg abgetan. Opfer dieser Herstellung der türkischen Nation sind die Minderheiten, die im Land leben. Oder auch Menschen, die sich mit Veränderungen, ganz besonders mit schnellen Veränderungen schwer tun. Zum Beispiel mit der Idee, dass im Nationalstaat Türkei eine türkische Nation lebt. Aber stimmt das so? Was ist beispielsweise mit den Kurden? Ich weiß, es ist ein Thema, das extrem emotional diskutiert wird. Wenn ihr wollt, dass wir uns mit diesem Komplex mal genauer in einem Video beschäftigen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann kümmern wir uns darum. Klar ist auf jeden Fall, die Nationalitätenkonflikte in der heutigen Türkei sind wie die Konflikte um den Status der Religion ein Erbe der kemalistischen Politik. Die Politikmuster von Kemals wird als Kemalismus zusammengefasst. Was ist das? Eine Ideologie? Ein philosophisch-politischer Plan? Oder eher ein Sammelsurium verschiedener Reformideen, denen man eine Überschrift verpasst? Der Begriff ist ein bisschen schwammig, vielleicht ganz bewusst, denn dann kann die Führung immer sagen, also das gehört jetzt wirklich nicht mehr dazu. Vielen Mitteleuropäern erscheint Atatürk oft als Reformer, der sein Land in den Westen führen will. Aber Atatürk kann mit wichtigen politischen Werten des Westens eigentlich gar nichts anfangen. Dass sich das Individuum frei entfalten können soll, dass der Staat weltanschaulich neutral das Leben organisiert, dass die Menschen in demokratischen Wahlen über den Weg ihres Landes entscheiden, alles das lässt er in der Türkei nicht zu oder nur sehr eingeschränkt. Kemalismus bedeutet eine starke säkulare Autorität. Ein Staat, der seine Bürger bevormundet, weil er es besser weiß. Dazu passt auch, dass es zwischen 1923 und 1946 nur eine einzige Partei gibt, die zugelassen ist, nämlich die Atatürks. Eine besonders durchgreifende Maßnahme ist das Gesetz, dass Türken Familiennamen bekommen, wie man das in Europa kennt. Wer bis zu einem bestimmten Stichtag keinen Familiennamen ausgewählt hat, das muss ein türkisches Wort sein, der bekommt zwangsweise einen von der Verwaltung verordnet. Mustafa Kemal Pasha bekommt seinen Familiennamen per Gesetz im Jahr 1934 und er lautet Atatürk. Das bedeutet, wie schon gesagt, Vater der Türken. Wie er sich selbst sieht, erkennt man an einem Zitat Mitte der 1920er Jahre. Atatürk war da gerade einem Attentat entgangen und hat gesagt, ich bin die Türkei. Mich vernichten wollen bedeutet, die Türkei selbst vernichten zu wollen. Sie atmet nur durch mich und ich lebe nur durch sie. Als Vergeltung lässt er nicht nur den Attentäter, sondern auch kritische Freunde hinrichten. Vor seinem Weg gibt es kein Abweichen. Wer seinen Weg verlässt, geht in die Irre. Der Präsident Atatürk sagt, ich werde mein Volk an der Hand führen, bis seine Schritte sicher sind und es seinen Weg kennt. Wann das sein soll, sagt er nicht. Am 10. November 1938 stirbt der Präsident im Alter von nur 57 Jahren an einer Leberzirrhose. Seitdem setzt sich die Türkei mit seinem Erbe auseinander. Die Bandbreite der Haltung zu Atatürk reicht von kritikloser Verehrung bis zu absoluter Ablehnung. In der heutigen Türkei ist Atatürk immer noch gegenwärtig. Von unzähligen Wänden blickt er aus Bildern und Fotos herab. Statuen sind überall zu finden und natürlich nimmt ihn jeder in die Hand, der etwas bezahlt. Denn Atatürk ist auf den Geldscheinen und Münzen abgebildet. Atatürk dient heute denjenigen, die sich gegen die Politik der Erdogan-Regierung wenden, als Identifikationsfigur. Protestierende im Gezi-Park tragen im Jahr 2013 seine Unterschrift als Tattoo. Die Regierung unter Recep Tayyip Erdogan bezeugt dem Staatsgründer ihre Verehrung und bekennt sich gleichzeitig zum Islam. Aber sie dreht auch konsequent einige der Reformen zurück. Zuletzt die Maßnahme Atatürks, dass die Hagia Sophia in Istanbul ein Museum sein soll. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, oben auf dem i ist es verlinkt. Mich würde mal interessieren, was meint ihr? Wie kann man Atatürk bewerten? Ist er ein Visionär, ein Tyrann, ein Förderer des Fortschritts? Wie sollte man über ihn denken und wie sollte man seiner heute gedenken? Schreibt es in die Kommentare und bitte muss man bei diesem Thema ja mal wieder dazu sagen, bleibt fair und sachlich. Ich weiß, es ist ein hochemotionales Thema für einige von euch, aber sachlich diskutieren bringt immer am meisten. Danke dafür schon mal. So und für euch geht es jetzt weiter mit diesen beiden Videos hier. Das obere Video habe ich eben schon mal kurz angekündigt. Ein Video über die Hagia Sophia, eine Kirche, die zur Moschee wurde, dann zum Museum und jetzt wieder zur Moschee wurde. Große Diskussionen gibt es darum, warum erfahrt ihr, wenn ihr hier draufklickt. Und direkt darunter gibt es ein Video über den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei von meinem Kanal MrWissen2go. Auch da gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt letzter Folge.